Latsi! Ach, den müsst ihr jetzt mal untersuchen. Das ist der kleine Lort. Das ist Latsi. Und das ist der Landgraf. Landgraf, komm! Das Königskind und der Landgraf. Ja, ganze adlige Familie hier. Das Königskind und der Landgraf. Und der Lort. Ach Gottchen, ja, haben wir auch noch. Ach, und die kleine Welli. Nun hast du ihn hingekriegt, nicht? Endlich liegt er. Meine Güte seid ihr, liebe Kinder. Vorsichtig. Ganz vorsichtig, mein Kind. Und das ist der andere Rüde. Das ist doch auch noch ein Freund für dich. Der kleine Landgraf. Da haut er aber ab. Er will weg. Landgraf! Dotti, nicht quälen. Komm, quälen gibt's nicht. So, ist richtig. Platt wie ne. Gut, dass du so gut springen kannst, Königskind. Ha, der Landgraf ist schlau. Jippie! Ha, 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 ha. Der schlaue Landgraf. Ha, 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 ha. Das ist super. Ja, die beiden Rüden sind die schlauesten. Super! Super, kleine Rüdis. Ja, euer Papa wäre stolz auf euch. Na, darf träumt ihr doch noch von, nicht? Ja? Jetzt habt ihr noch eine ganze schöne Woche vor euch. Wisst ihr, Lazi, so muss man sich platt machen.